Warte geht's. Um 13. Hurra. Vor 19. Wir schaffen das. Jetzt schaffen wir vorbei. Da brechen wir nicht. Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Magenmitteln und Adrenalin wieder belieben. Ah ja. Ich geh mal. So. Fantastisch. Vielleicht schaffen wir es heute doch durch. Wenn wir schon mal 13 von 19 sind. Okay der muss. Okay. Das war die Gruppe. Ich würde nicht klicken. Wie geht's dazu? Ja. Ich bin der Gäste. Ich geh mal. Ich habe einen Kugels. Na dann, komm mit zu. Okay, dann machen wir noch das. Zweite Sache. Zweiten Kugels, der da drauf muss. Oha. Die haben wir da drüben. Ops. Äh, ja. Ja, dann würde ich es mal sagen. Und. Da sind wir. Ja. Ganz clever, weil er bohrt so. Ja, wo man in der Tür ist. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermessen. Okay. Jetzt müssen wir unbedingt noch was probieren. Raum 14. Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Ah, das ist zu schlecht. Wir müssen sie irgendwo bei einem niedrigen Weg mal versuchen. Hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. Ah. Langweilig. Verschiebt sich das Brutal oder was ist los? Langweilig. Langweilig. Er. Hochschule. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch nicht gekürzt habt. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Ok, vielleicht können wir uns das zum Vorteil machen. Sehr schön. Und was nun? Jetzt können wir das hier noch ausprobieren. Tschüss Kubus. Au. Schade. 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 Was sollen wir hier machen? Ich hasse meinen Computer. Ich habe den Sie, das sind Unfug zu Whene. Hier steht am Wochenende. Ich habe das Ineck-Senden und habe das Ineck-Senden. Ich glaube, ich bin ziemlich tot. Wir müssen da hoch. Was machen wir dann hier? Das ist eine Ablenkung, oder? Wie bewirkt es dann? Irgendwas, dass wir weiterkommen. Ich glaube, nichts, wo wir anschießen können. Tja. Das Rätsel ist ein bisschen mehr... ...bisschen knifftiger. So. Können Sie mal den Weg ein bisschen ab? Was machen wir dann mit dem da drüben? Was machen wir dann mit dem Leiden, oder? Au. Schon wieder tot. Oh, jetzt. Oh. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, wir können das Wasser bringen. Okay, ganz gut. Oh, jetzt. Wir müssen was dann von der Trümen steuern. Oder auch nicht. Was bringt das jetzt? Tja. Tja. Wir würden hier im Blaulin machen, sobald er hier da ist und dann... Müssen wir nur wissen, wann er da ist. Okay, das hat nichts gebracht. So. Was wird das Spiel von uns? Ich kürze mal jemanden. Ich kürze mal. Ich kürze mal jemanden. Ich kürze mal jemanden. Ich kürze mal jemanden. Und was muss das doch bringen? Und was wird das Spiel von uns? Ich hab's nur Prenzeln. Hm, nur hat das hier einen Sinn. Wie macht das einen Sinn? Untertitelung des ZDF, 2020